Es ist viel passiert seit meiner griechischen Hochzeit. Mein Vater ist gestorben. Und sein letzter Wunsch war, dass wir das Dorf seiner Kindheit besuchen. Deshalb gibt es ein Familientreffen. Wir fahren nach Griechenland. Oh, ja. Und mit wir, meine ich, die ganze Familie. Vervi Souflaki. Ist eine Mrs. Souflaki hier an Bord? Es gibt keine anderen Schlafzimmer. Familienübernachtung. Ich hab Dad versprochen, dass ich seine besten Freunde finde. Sie kommen zum Familientreffen. Du weißt, dass sie kommen? Nein. Du hast letzte Nacht vor Aristotel geträumt. Woher weißt du das? Griechisches Voodoo. Bam! Du hast uns nach Griechenland gebracht. Wem bist du das Familienoberhaupt? Welches darf es fürs Abendessen sein? Vielen Dank. Ich bin Vegetarier. Nein! Nein! Nein!